Die serbische Sprache ist eine Standardvarietät aus dem südslawischen Zweig der slawischen Sprachen und basiert wie Kroatisch und Bosnisch auf einem stokawischen Dialekt. Serbisch wird von ca. 6,7 Millionen Menschen in Serbien, wo es die Amtssprache ist, als Muttersprache gesprochen. Daneben wird es auch in Bosnien und Herzegowina, Montenegro, im Kosovo, in Kroatien und Mazedonien von etwa 2 Millionen Menschen gesprochen. In Mittel- und Westeuropa, Australien und den USA, wo sich eine große serbische Diaspora befindet, von etwa 3,5 Millionen Auswanderern, wobei deren Sprachkenntnisse unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Sowohl das lateinische Alphabet als auch das kyrillische Alphabet werden verwendet. Nach der im November 2006 in Kraft getretenen Verfassung wird die Sprache in Serbien offiziell in kyrillischer Schrift geschrieben, Wobei im Alltag und in den Medien auch die lateinische Form oft zur Anwendung kommt. Sowohl nach grammatikalischen Kriterien als auch im Vokabular und der Aussprache ist die serbische Sprache der kroatischen und bosnischen Sprache so ähnlich, dass sich alle serbisch Sprechenden mühelos mit Sprechern des bosnischen und kroatischen verständigen können. Varianten der serbischen Sprache Die serbische Sprache existiert heute zum größten Teil in zwei Aussprache-Varianten. Ekavisch Im Großteil Serbiens Ekavisch In Südwest-West-Serbien sowie in Montenegro, Bosnien und Herzegowina und Kroatien. Zur Erläuterung einiger Unterschiede zum kroatischen sei auf den Artikel Unterschiede zwischen den serbo-kroatischen Standard-Varietäten verwiesen. Ekavisch als beinahe dritte Aussprache-Variante, die jedoch fast nur in halpikavischer Form angewendet wird und nach der nahezu vollständigen Vertreibung besonders der jungen serbischen Bevölkerung aus Kroatien in der Anwendung unter den Serben stark zurückfällt, neben diesen keine Schriftsprache darstellt und damit vom Aussterben bedroht ist. Unabhängig von der Aussprache-Variante gehören die meisten Sprecher der stokavischen Dialektgruppe an. Im Südosten Serbiens werden torlakische Dialekte gesprochen. Muttersprache Serbisch wird von über 8 Millionen Menschen vorwiegend in Serbien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, im Kosovo und in Kroatien als Muttersprache gesprochen. In Rumänien, Ungarn, Albanien und Mazedonien gibt es kleinere Gemeinden mit Serbisch als Muttersprache. Serbisch ist nationale Amtssprache in Serbien, Montenegro und Bosnien und Herzegowina. Auf regionaler und lokaler Ebene ist es Amtssprache in Kroatien und Mazedonien. Zudem existiert eine große serbische Diaspora. Schrift Während in der serbischen Verfassung die kyrillische Schrift als Schrift für den offiziellen Gebrauch der Republik Serbien verankert ist, werden im Alltag sowohl die kyrillische als auch die lateinische Schrift benutzt. Auch auf der Internetseite der serbischen Regierung steht, die offizielle Sprache in Serbien ist serbisch und die offiziell gebrauchte Schrift ist kyrillisch. Während auch die lateinische Schrift in Gebrauch ist. Im Alltag macht sich dieser Umstand auch bemerkbar. Während in manchen Zeitungen beide Schriften noch bunt gemischt vorkommen oder an Schaufenstern mal die lateinische, mal die kyrillische Schrift vorhanden ist, werden offizielle Dokumente größtenteils kyrillisch verfasst. Die Verwendung der verschiedenen Schriften hängt dabei von mehreren Faktoren ab. So werden die jeweiligen Schriftformen in unterschiedlichen Regionen bevorzugt. Vor allem in Zentral-Serbien und der Bosnischen Republik SRP-Ska verwendet man eher die kyrillische Schrift. Während die Serben Kroatiens und in der nordserbischen Vojvodina die lateinische Schrift bevorzugen. In Montenegro wurde noch bis etwa 2004 fast ausschließlich die kyrillische Schrift in allen Gesellschaftsformen verwendet. Heutzutage jedoch wird vermehrt auch lateinische Schrift verwendet. Eine weitere Rolle spielt die politische Ausrichtung des Schreibers. Konservativ ausgerichtete Zeitungen verwenden beispielsweise eher die kyrillische Schrift. Der Schriftgebrauch ist auch vom Textgegenstand abhängig. Religiöse und traditionelle Texte werden eher mit kyrillischer Schrift geschrieben. Für moderne Inhalte verwendet man eher die lateinische Schrift. Für linguistische Details siehe stokavisch und torlakisch. Serbische Schreibschrift Fünf Buchstaben unterscheiden sich in serbischer Kursiv- und Handschrift von den entsprechenden Buchstaben der übrigen kyrillischen Schriften. Das Kleine kommt in dieser Form nur in serbischer und makedonischer Schreibschrift vor. Die übrigen vier Buchstabenformen können auch in russischer Handschrift vorkommen. Zur Darstellung serbischer Texte, die kursiven Text enthalten, ist also eine besondere Schrift erforderlich. Alphabet und Aussprache Das serbische Alphabet in kyrillischer Schreibweise umfasst 30 Buchstaben in folgender Reihenfolge. Die davon verschiedene Reihenfolge in lateinischer Schreibweise lautet A, B, C, 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 D, D, Z, T, H, E, F, G, H, I, J, K, L, L, J, M, N, N, J, O, P, R, S, S, T, U, V, Z, Z A, B, C, 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 D, D, Z, T, H, E, F, G, H, I, J, K, L, L, J, M, N, N, J, O, P, R, S, S, T, U, V, Z, Z Die Degrafen D, Z, L, J und N, J werden in der alphabetischen Ordnung jeweils als ein einzelner Buchstabe aufgeführt. Es gibt nur eine sehr geringe Anzahl von Wörtern, in denen diese Zeichengruppen zwei getrennte Laute bezeichnen und deshalb als zwei Buchstaben behandelt werden müssen. Ausländische Namen werden im Serbischen in der Regel geschrieben, wie man sie spricht, Z, B, Grace Kelly, Grace Kelly oder Shakespeare, Shakespeare. Im Kroatischen hingegen werden Namen und Eigennamen in ihrer ursprünglichen Form übernommen. Die Sonderzeichen können in Unicode mit den folgenden Kodierungen aus dem Unicode-Blog lateinisch erweitert A erstellt werden. Wobei der Buchstabe TH nicht mit dem Isländischen verwechselt werden darf, da dessen Kleinbuchstabe eine andere Form hat. Die Mehrzahl der Buchstaben wird im Großen und Ganzen wie im Deutschen ausgesprochen. Wortakzent Die serbische Standardsprache und die meisten Mundarten gehören zu den tonalen Sprachen und sind damit entfernt mit dem Chinesischen vergleichbar. Die Tonunterschiede können auch Bedeutungsunterscheidungen ausdrücken, in diesen Fällen kann dann die falsche Aussprache, H, die Missachtung des Tonverlaufs zu Missverständnissen führen. Tourier Bios, Ja, Jan, P.A.S. Das war ein guter Hund. Viele Akzentunterschiede treten in morphologischen Varianten auf. Radi, Radi, G. Arbeiten In der Schrift wird in den allermeisten Fällen auf die Bezeichnung des Tonverlaufs verzichtet. Ausnahmen ergeben sich bei gewissen Kombinationen wie etwa Ja, Sam, Sam. Zu beachten hierbei ist, dass Sam die Eins. Person Singular vom Verb Biti ist Sam hingegen die Eins. Person Männliche Form vom Adjektiv Sam ist. Die weibliche und sächliche Form dieses Adjektivs erfahren aber eine Akzentänderung, es heißt daher Samer und Samo. Serbisch kennt vier Wort Akzente. Die nachfolgenden Silben können entweder lang oder kurz sein, was auch die Bedeutung ändern kann. Fallende Akzente sind älter. Heute treten sie meistens am Wortanfang auf. Physisch entsprechen diese Akzente dem Englischen und Italienischen und werden von Deutschsprachigen selten richtig ausgesprochen. A. Langfallend wie Z A. Kurzfallend wie Z Steigende Akzente sind jünger, sie treten nur in den sogenannten neustokavischen Mundarten und überall dort auf. Wo die fallende Betonung nicht auf der ersten Silbe war, so wie in den meisten Entlehnungen aus dem Deutschen. A. Langsteigend wie Z A. Kurzsteigend wie Z A. Kurz und unbetont wie Z A. Lang und unbetont wie Z Ambivalente Laute Zur Besonderheit des Serbischen zählt das R, das sowohl einen Vokal als auch einen Konsonanten bezeichnen kann. Dieses vokalische R ist ein Relikt aus dem Altkirchenslawischen und es wird vermutet, dass ursprünglich auch nie ein Vokal im engeren Sinne davor oder dahinter gesetzt wurde. Ein weiteres Beispiel für einen solchen Konsonanten, der ehemals auch als Vokal auftrat, ist das L. Aus diesem ist im heutigen serbischen vorwiegend Tu hervorgegangen. So hieß es früher VLK anstatt des heutigen VUK ebenso MLCT anstatt des heutigen MUCT. Als Vokal tritt das R in zahlreichen Wörtern auf wie SMRT, VRTT, RFATI, C, CRISHI, PRSTIT, C. Als Konsonant ist es vor oder nach einem Vokal anzutreffen, wie etwa in RUKA, PRATZNIK, K. oder GARAV. Dementsprechend kann auch das vokalische R alle sechs Vokalakzente annehmen, es kann also aufsteigend, absteigend und unbetont auftreten. Grammatik. Das Serbische zählt zu den flektierenden Sprachen. Ha, dass sowohl Nomina, daneben auch Pronomina, Adjektive, sowie auch Verben gebeugt werden. Dabei haben sich mannigfaltige Formen erhalten. Im Gegensatz zum Deutschen besitzt das Serbische keine Artikel. Gelegentlich werden Demonstrativpronomen dort eingesetzt, wo es einer sinngemäßen Betonung bedarf. Die Nominalflexion ist ähnlich, groß und komplex wie die des Russischen und viel reicher als die des Bulgarischen, das einen Gutteil davon verloren hat. Bezüglich Verbalflexion und Zeitformen hingegen ist das Serbische sogar weit komplexer als etwa das moderne Russische. Das Serbische unterscheidet sieben Fälle, die sich nach Genuss und Numerus richten. Zu den auch im Deutschen bekannten Fällen Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ treten drei weitere hinzu, Vokativ, Lokativ und Instrumentalis. Der Vokativ ist der Rufall, er steht beim unmittelbaren Ansprechen bzw. Anrufen einer Person. Beispiele wären Stefan, von Stefan, Oce, Vater, von O-Tag-Bose, Gott, von Buk oder Zemljo-Draga, Liebesland, von Zemlja. Der Lokativ steht auf die Frage wo. Während ursprünglich der Lokativ ohne Präposition stand, gibt es ihn im heutigen Serbischen nur noch mit solchen. Er steht hauptsächlich nach U, aber auch nach etlichen anderen Präpositionen. Zu beachten ist, dass die Endung immer die gleiche wie beim Dativ ist. Doch sind die beiden Fälle keineswegs als eine Synthese zu einem einzigen zu betrachten, wonach es insgesamt sechs Kasus gäbe. Dies wird an der Aussprache ersichtlich. So heißt es etwa Satu, jedoch Nassatu. Der Instrumentalis steht auf die Frage womit. Er kann sowohl mit als auch ohne Präpositionen auftreten und ist damit gut vergleichbar mit dem lateinischen Ablativ. So sagt man etwa nosem, silum oder estracom. Darüber hinaus hat er temporalen Charakter, wie etwa in jutrom oder nocu, ferner pot nogama von noga, poda mnom, pot tubom etc. Beispiele Anmerkungen Eins zu beachten ist, dass die Aussprache hier Kasus unterscheidend wird. Zwei belebte Nomen tragen im Akkusativ Singular eine Endung, nämlich a. Es heißt daher kovek-ekav, kovek-ijekav im akk-sg. Die Verben werden nach tempus, numerus und modus flektiert. Darüber hinaus existieren im serbischen, wie im russischen und anderen slawischen Sprachen, zwei verschiedene Aspekte. Der vollendete und der unvollendete. Hier soll eine kurze Übersicht dargestellt werden. Im serbischen gibt es acht verschiedene Tempora. Dieser Reichtum ist allerdings in der gesprochenen Sprache bei weitem nicht so blühend wie in der geschriebenen. Einige Formen sind dabei förmlich untergegangen, so dass deren korrekte Bildung selbst beim Muttersprachlern für Verwirrung sorgen kann, wie z. b. Das Imperfekt, das fast ausnahmslos nur noch in der älteren Literatur anzutreffen ist. Andere sind wiederum in den anderen slawischen Sprachen kaum oder gar nicht mehr bekannt, weil es sich dabei um sehr alte Formen handelt, wie z. b. Der Aorist, der hier und da zwar noch gebräuchlich ist, allgemein jedoch verschwindet, gerade in der Sprache der Kinder und der Jugend. Diese Formen sind am Beispiel von PC hier nur in der ersten Person Singular angeführt. Vier Vergangenheitsformen Aorist, Peko, Imperfekt, Pichia, Perfekt, Ja, Sam, Peko, Pekla bzw. Peko, Pekla, Sam, Plus, Quam, Perfekt, Ja, Sam, Bio, Peko bzw. Zwei Zukunftsformen Futura, Cu, Pekicu, Futura, Cu, Biti, Peko bzw. Und zwei Modiconditionals Conditionalis Präsentia, BiH, Peko bzw. Peko, BiH und Conditionalis Perfektia, BiH, Bio, Peko bzw. Bio, BiH, Peko, Peko, Pekla, Peklo sind hierbei die PPA. Zu beachten ist, dass PC den unvollendeten Aspekt bezeichnet. Für den vollendeten sagt man hingegen Ispechi. So heißt es dann Ispekim statt Pekem, ebenso Ja, Sam, Ispkau. Die entsprechenden Formen können sowohl im Aktiv wie oben dargestellt als auch im Passiv auftreten. Letzteres konstruiert mit dem PPP und den verschiedenen Formen von Biti, BiWati. Die PPP von etwa PC lauten Pekhen, Pekhena, Pekheno. Beim Zählen ergibt sich eine Besonderheit. Handelt es sich um Mengen, die zwischen zwei und vier liegen, so wird nicht der Plural, sondern der Paukal verwendet. Alle übrigen Mengen jenseits von fünf werden mit dem Plural und zwar mit dem Genitiv verwendet. Der Paukal entstammt einer Zeit, als es im Serbischen noch den Dual gab, der sich im heutigen Slowenischen oder dem Sorbischen immer noch erhalten hat. Die Form des Paukalts ist nunmehr deckungsgleich mit der Zwei-Person-Singular-Genitiv, sowohl in Aussprache als auch in Schrift. So heißt es. Jedan Maskerik, ein Mann. D.V.A. Maskeraka, zwei Männer. Pet Muskaraka, fünf Männer. Dies gilt bis D. Waddeset. Für einundzwanzig gilt Regel 1, für zweiundzwanzig bis vierundzwanzig Regel 2 und für alle weiteren Regel 3. Die Zahlen selbst werden anders als im Deutschen auch über 1 hinaus gebeugt. C. Thiri sind für alle Formen gleich im Nominativ. Jedan wird stets parallel zum Substantiv dekliniert, D.V.A., hier und da, Tri und C. Thiri hingegen selten. So heißt es. Jednoga Maskeraka, Jednogceni, Devajucena, selten Troma Muskasima oder Cetirma Cenama. Ab Pet sind die Zahlen indeklinabel. Durch den ausgeprägten flektierenden Charakter des Serbischen besteht im Grunde eine freie Wortstellung. Dies ergibt sich dadurch, dass Satzelemente eindeutig durch ihr Suffix bestimmt und sie daher leicht zuzuordnen sind. Selbst wenn sie über den Satz verstreut sind. Die allgemein übliche Wortstellung ist Subjekt-Prädikat-Objekt wie Z.B. Stevan Slascha Musiku. Allerdings sind auch folgende Konstruktionen durchaus gebräuchlich, besonders wenn der Satz nicht allein steht. Stevan Musikus Slascha, Musikus Slascha Stevan, Musikus Stevan Slascha, Slascha Stevan Musiku, Slascha Musikus Stevan. In allen Fällen kann durch die verschiedene Satzbetonung eine andere Bedeutung hervortreten. B. Jeel Stevan Nevoli Musiku. Slascha Stevan Musiku. Mag Stevan etwa keine Musik? Doch Stevan hört Musik. Konalczeske Slascha Musiku. Wer hört am öftesten Musik? Stevan hört Musik. Milika hört Musik. Sta Stevan Volidaradi. Slascha Stevan Musiku. Ne prestige. Was macht Stevan gerne? Stevan hört ununterbrochen Musik. Sprachbeispiel. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Artikel 1. Beziehungsweise. S.V. Aljutska Bikaradaju Seis Lobotna Ietna Ka Udostoyanstvi Pravima. Siehe auch Unterschiede zwischen den serbo-kroatischen Standardvarietäten. Verlet может schon da tej Ты- Seis Lobotna Ietna Ka Udostoyanstvi Peace. Untertitelung des ZDF, 2020